Hätte ich vor einem Jahr gesagt, hey, hier kommt ihr Jungs aus Magdeburg, hättet ihr gesagt, es ist anders. Es hat sich ein bisschen geändert in Deutschland. Es gibt einfach Fans von einer ganz bestimmten Band. Diese Band heißt Tokio Hotel. Diese Band heißt Tokio Hotel. Und sie haben einen Fanbrief geschrieben. Dieser Fanbrief ist nicht 10 Meter lang, er ist auch nicht 20 Meter lang. Dieser unglaubliche Fanbrief ist 100 Meter lang. Ich darf mal ein bisschen vorlesen. Kommt mich an, kommt mich an. Also, hier steht, ich finde die Jungs super süß. Wir lieben sie, sie machen coole Musik. Und der Olli ist aber auch ganz süß. Das ist doch nett. Und jetzt gibt es einen Song, den gab es so noch nie im deutschen Fernsehen. Hier sind sie noch einmal mit ihrem neuen Song Beichte. Hier sind Tokio Hotel. Ich bin immer zu spät und im Sport zweite Wahl. Und jetzt gibt es einen Song, den wir in den Kopf haben. Und jetzt gibt es einen Song, den wir in den Kopf haben. Ich will dich nur für eine Nacht und fühl mich gut dabei. Das ist alles so wahr und macht es schön zu sein. Und ich frag mich, ob ich in den Himmel komm. So überhaupt nicht froh. Hey, Toffi, komm raus. Ich hab dich gesehen. Und noch die Hoffnung, du wirst mich verstehen. Hey, Toffi, kennst du meine Beichte hin? Und dann mit Gott nochmal drüber reden. Ich bin leider ehrlich, auch wusste fast. Und seit meiner Beichte beim Platz schon fast. Ich weiß, das geht gar nicht, doch es lag auf der Hand. Und dann hab ich mein Bruder und die Freundin ausgespannt. Man hat mir jede Lüge schon mal geglaubt. Und in meinen Ehren versprechend vertraut. Und ich frag mich, ob ich in den Himmel komm. So überhaupt nicht froh. Hey, Toffi, komm raus. Ich hab dich gesehen. Und noch die Hoffnung, du wirst mich verstehen. Hey, Toffi, kennst du meine weichten Leben? Und dann mit Gott. Hey, Toffi, komm raus. Ich hab dich gesehen. Und noch die Hoffnung, du wirst mich verstehen. Hey, Toffi, kennst du meine weichten Leben? Und dann mit Gott nochmal drüber reden. Hey, Toffi, kennst du meine weichten Leben? Und dann mit Gott nochmal drüber reden. Und dann mit Gott, du kennst dich gesehen. Und dann mit Gott, du kennst dich gesehen. Kannst dir mal überlegen. Vielen Dank!